Ich glaube, das haben die selbst von den Lippen ablesen können, von Hasan Sarijamidzic. Aber vielleicht ist das ein probates Mittel, diese 30, 40 Meter Pässe von Michael Tarnath. Und da hat der Torhüter, da hat Coupé sogar noch Glück, dass er angeschossen wird von Paolo Sergio. Und so leiden die Kameraden mit, die alle genau wissen, wie wichtig hier ein Sieg ist gegen Lyon. Und die Gelegenheit und das Tor für die Bayern! Jetzt Jeremies! Ein Tor aus dem Nichts. Und schon hellen sich die Minen auf. Genau das haben die Bayern gebraucht. Einen ruhenden Ball, um das Wort Brechstange zu vermeiden. Aber endlich mal wieder eine Chance aus dem Spiel heraus. Nach diesem wunderbaren Ball von Michael Tarnath, der überhaupt erst die Gelegenheit für Sergio ermöglichte. Und jetzt Jeremies zeigt da, dass es wirklich aufwärts geht. Der wirft sich hier in den Ball. Und diesen Einsatz, diesen Willen, den müssen die Bayern jetzt auch in den verbleibenden gut 35 Minuten zeigen. Und dann können wir malen! 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 Vielen Dank.